Die gelbe Karte kassiert, sind für das nächste Heimspiel geschwärt. Was war da los? Das war ein einziges Mal auf meinen Beinen. Ein einziges Mal bin ich da mal aufgestanden und hab mich beschwert. Und das ist so unfair. Da bin ich mal motiviert. Ich war zweimal diese Saison motiviert. Das eine Mal hab ich mir ein C gebrochen und das andere Mal hab ich die gelbe Karte gekriegt. Das ist so unfair. Ja, ich bin allgemein, ich hab nur Pech als Trainer bei dieser Mannschaft. Die hören mir nicht zu, die machen nicht, was ich will. Und ich krieg auch nicht die Spiele, hab ich nicht gekriegt, die ich wollte. Und ich bin auch gar nichts schuld. Ich bin's nicht schuld. Ich hab einfach nur Pech.